Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte noch alles, alles, was zählt, ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Ja, also das sind jetzt Teile meines Outfits. Die Socken sind meine eigenen, das aber auch dann schon alles. Und was ich sehr, sehr cool fand, war, ich habe die gleiche Hose zu Hause. Und die haben die mir nachgebaut. Dann habe ich gesagt, ich brauche eine richtig wahnsinnig geile Lederjacke. Und die ist wirklich geil. Also das muss man echt sagen, das ist, das ist hier, ich habe nicht mal so eine coole Lederjacke zu Hause, die ist besser als meine. Das finde ich richtig gut. Ich habe schon gefragt, ich darf sie nicht behalten. Aber genau, das ist jetzt quasi mein Outfit für das erste Set von der Show. Und ja, schult sich auch noch an, das bleibt nicht so. Das ist Wahnsinn!